Guten Morgen, Cecilia. Guten Morgen. Wo gehen wir hin? Ins Hero Fest. Sag es doch auf Deutsch, wenn du nicht auf Englisch kannst. Ja! Was gibt es da zu sehen, Cecilia? Da gibt es Superhelden und Games. So, gefällt dir das? Hm. Weisst du noch nicht? Nein, weiss ich noch nicht. Gehen wir schauen? Ja! Ja! Die Bis zum nächsten Mal. Musik Wo sind wir das, Cecilia? Ich bin Nintendo. Was hast du vorher gespielt? Vorher hatte ich so einen Kugel in den Händen. Pokémon? Ja, Pokémon. Wie musst du dich fangen? Zeig mal, wie musst du die Kugel bewegen? So. Hier oben war ein Knäppchen. Wir mussten den Rücken runterfahren. Wir mussten, wenn wir das Tier hätten, dann steigen wir. Dann schießen wir. Und dann... Phantasie. Und Phantasie. Können wir sparen? Ja. 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 pity. Cécile, wie hat es dir gefallen? Gut! Was hast du alles gemacht? Ich habe gegessen. Gamen? Ja. Nur am Computer herumgedatelt? Ja. Nicht ganz, oder? Nicht ganz, oder? Was für ein Spiel hast du gespielt ohne Computer? Pokémon. Hast du neu gelernt? Gefällt dir das? Ja. Wir haben es schliesslich gekauft. Was hast du für ein Stack? Mit einem Pinguin. Und Papi? Vielleicht mit den Gegnern spielen. Papi hat Drachen und Schnee? Die Löwe. Genau. Und dort kommt unser Tram. Können wir springen? Ja. Also, sagst du Tschüss? Tschüss. Macht's gut.